Wer sagt denn, deutsche Männer seien langweilig? Wer auch immer er ist, er hat recht. Ob Panzer, U-Boot U-47 oder kraftvolles Sportwagen. Alles hergestellt mit derselben Leidenschaft. Geringem Verbrauch. Sicher und zuverlässig. Solide Bauweise. Frei von Risiken. Hervorragende Aerodynamik. Technologie mit menschlicher Note. Wir machen uns nichts aus Romantik wie die Franzosen. Wir machen uns nichts aus Emotionen wie die Japaner. Wir machen Waffen. Zum Schutz deiner Gesundheit. So lecker. Mr. Mark, deutsches mehrkörniges Landbrot. Gesundheit. Nicht leicht zu kriegen. Verbrauch. Untertitelung der ZDF für funk, 2017 Hurriet. Vielen Dank.